Moin Leute, Trimax hier. Ihr seht's bereits schon am Titel, das ist einfach mein geilstes Fortnite-Video in der Season 9. Der John Wick-Modus ist so geil, den findet einfach jeder nice und da ist durchgehend Action. Ihr seht jetzt zuerst eine Runde von mir alleine, Solo gegen Squad, wo ich gutes Aim hab. Dann seht ihr eine Runde von mir, Solo gegen Squad, wo ich ein Feldspieler in der reinsten Form bin. Da könnt ihr die Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann seht ihr noch zwei Runden mit mir und Hanky, wie wir Duo gegen Squad spielen. Was da passiert ist, ganz, ganz verrückt. Die Highlights kommen jetzt gleich nach dem Intro, denn im Merch-Shop gibt es noch einige Teile, die dort da sind. Wenn ihr Glück habt, findet ihr noch was in eurer Größe. Klickt euch gerne durch auf Trimax.de und jetzt würde ich sagen, viel Spaß. Digga! Lass das! 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 Naja, das war schon mal ein Duo, das ich auseinander genommen habe. Das ist gut. Ist doch gut, oder? Das ist gut. Das ist voll okay. Nein, oh man, den hätte ich doch gerne brutaler erwischt. Schade. Schade. Schöne Runde. Ey, das trainiert brutal. Es ist mit Respawn, man behält die Waffe, man hat Instant Action. Das einzige, was bescheuert ist, dass man keine Metz hat, aber der Modus ist zum Trainieren geil. Mal wieder im Feld landen. Der hat gar keinen Bock. Dicke, das liebe ich. Was? Was war das? Das hat die E fue da. Das wäre geil. Also zurung... Passt deniszaci. Nein, da war das Feld zu Ende Oh, ich hab nicht, Digga, what the fuck Boom Es gibt keinen einzigen Fisch Auf der Welt Der so scheiße ist In Fortnite, aber so geil Im Feld ist Ich bin ein absoluter Premium Feldfisch Zeig mir einen besseren Losten Fisch im Feld Das ist Weltrekord verdächtig Moin, moin Moin Ist mal wieder reinkommen hier in den Kollegen Loin, bin ich gestorben? Loin, der hat mich getötet Zu Ende Brutale Runde, aber Ich hab stundenlang mit Marcel gezockt Ich hab mit Miggi gezockt Ich hab mit der Mar gezockt Wie landen welche? Oh Gott, krieg ich dich viel Damage? Fuck Ich hab hier Blue Life für dich, Digga Hinter dir Hab einen down Digga, haben wir die alle auseinander genommen? Headshot Nice, Mann Da unten laufen sie, da unten Hast du einen Sniper? Ja, aber das sind die nicht, oder? Ach ne, das sind die nicht Die sind hier eingetört Ich hab Dynamit Hab einen Hab richtig geil einen mit Prädiktschüssen gesehen Alter Alle down Total Das waren nur zwei Die anderen Kannst die Minis mitnehmen? Na klar Na klar Das waren, glaub ich, die anderen Mates Weil das waren nur zwei Du biegst direkt rein Egal, ich komm euch wieder Hau ab, hau ab Ich hatte eh ein HP, Digga Ja, ist gut Ich hau ab Wir sind überhaupt nicht mehr erster Ich mach alle ne Sniper, wir können ja hier nichts tun, ne? Oh, lol Man fehlt alle Münzen WTF Jaja Fuck, Digga Wir kommen her, jetzt zu mir Ich hab auch 90 Münzen verloren, oder so Wisse Jo, ich bin gleich da Ich bin hinter ihm Ja, der ist low Habe eins Sau doll angst Bam Wusste ich Ich war mir so sicher, dass ich gesnipet werde Ja, instant double weggesnipe Wir kommen euch mal in die zone Jetzt haben wir richtig Münzen verloren Jetzt ist der Warte mal, der erste Müssten wir Mütze den noch aufheben Ne, die Gegner haben die automatisch Der Bogen, oh mein Gott, geil Digga, ich hab's grad richtig gespürt, heilige Scheiße Der zweite und dritte Platz fighten, Digga Wenn die sich töten, sind wir verloren Dann war's das game vorbei Digga, jetzt geht's auch los Wenn der erste Platz geht, dann geht's vorbei Hab einen 112 Kopfgeld, Digga Wir sind Noch mehr zweiter Ich hab gewonnen LOL Halt's Maul, wir haben's geschafft No way Mit nem Scheiß Bogen Digga, wir gewinnen das zu zweit Wie random Jo, ich hab's so lange Vor allem von jetzt auf gleich Ja, ich hab's so lange mit Amar, Marcel, Micky mit allen gezockt Und dann kommt Hanky nach einem Jahr Fortnite-Pause wieder Und wir gewinnen das Ding Gefällt mir Digga, die Bogen-Action Der hat 218 Kopfgeld gegeben What? Meiner 130, glaub ich Ganz geil Ganz geil Ah, der hier ist low Low, low, low Low, low, low Alter, volles Team Nice Fast down, fast down Jo So Sau lässig für letzt Hier baut sich was hoch Down Hier ist grüner air wenn du willst und Minis sind hier Noch einen down Ich Junge Hab einen Hier ist noch mehr Hier ist noch ein Gegner Letztes Leben Nein der Finish Ich glaub nicht 5 HP 3 2 1 Halt's Maul Junge der den 132 header kassiert Alter Junge Was für geiles Gameplay 1 HP Hier Guck hinter dich Du der ist gut Der ist gut über mir Hab ihn Nice Digga Frisch oder was Mit Glider Jaja Glass soul Naja Passt doch, guck mehr Ich hab die Typen noch Easy peasy Nice Nein Was hat der für Aim? Feuerschutz, Feuerschutz Hab einen Echt? Der schieß immer noch auf mich Das ist mein letztes Leben Ich bin One-Shot Ich bin One-Shot Ich bin One-Shot Ich bin One-Shot Ich stürze ab Der wir sind Erster Das genervt Ich hab ein Biggie für dich Bring ihn ganz schnell zu mir Die wissen alle wo wir sind Und ein Chuck ist hier Nehm ich auch mit Chuck, guck, hier ist noch ein Chuck Zehn Kills Sauber Hier ist noch ein Chuck Nehm mit Wo der Erster hat's da Wir müssen den Ersten töten Sonst war's das Erster ist links Erster ist links Ich will trotzdem erst auf den Berg hoch Obwohl Ich hab halt keine Sniper Digga Das ist das Problem Wir müssen halt jetzt sein Die Fight mit dem Dritten Ist egal Der Dritte ist lost Die Scherze ist vorbei Ja deswegen Der Erste Kid den Dritten Skypitch über uns Die kommen jetzt Bei mir ist ganz viel Digga Oh ich werde auch hart angesnipet Schieß mir einen Bogen auf mich hier Kannst du mir helfen? Nein Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Halsmaul Dass wir das gewonnen haben Ich hab noch zwei Leute weggeholt Ich weiß nicht in welchem Team die war Ich hab noch zwei Leute weggeholt Das war der scheiß Erste What the fuck Match Statistik 11 Kills Was haben wir für Runden? Wir haben zweimal gewonnen zu zweit Das hab ich mit niemandem hinbekommen Wir hatten 677 Punkte